Das ist ich einen, du einen mit dem Rob Spence. Ich fange an. Ja, du fangs an. Okay. Ein Mann rennt mit der Hundeleine in der Hand an einem Fluss entlang. Dann kommt er zu einem Fischer und sagt, ist da gerade ein Labrador vorbeikommen? Dann sagt er, ja, gerade vor einer Minute oder so. Ah, da kann er noch nicht weit sein. Dann sagt der Fischer, ja, die Strömung ist heute auch nicht so stark. Das ist gut, das ist gut. Zwei Mutterteile in einer Höhle, sagt der eine, wow, ist dunkel hier, sagt der eine. Der andere, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ja, ich weiss. Danke vielmals. Danke, bitte.